Paul Janke und Antonia Hemmer wurde nach Kampf der Reality-Stars eine Liebelei nachgesagt. Will Paul sie mit diesen Fotos nun doch noch um den Finger wickeln? Bei Kampf der Reality-Stars 2023 lernte Ur-Bachelor Paul Janke die einstige Bauer-Sucht-Frau-Kandidatin Antonia Hemmer kennen und lieben? Das fragten sich lange Zeit die Fans, als Paul und Antonia auch nach den Dreharbeiten auffällig viel Zeit miteinander verbrachten und sogar zusammen in den Urlaub fuhren. Wenig später hatte es sich dann scheinbar jedoch wieder ausgeflirtet, und beide gingen wieder getrennte Wege. Könnten diese Fotos das nun ändern? Paul Janke bezirzt Antonia Hemmer mit Pferdewirt-Fotos. Nachdem Antonia Hemmer im TV bei Make Love, Fake Love vergeblich nach der Liebe suchte, geht sie heute weiterhin als Single durchs Leben. Genau wie ihr Ex-Flirt Paul Janke, der sich selbst gegenüber Klosser bereits als der ewige Bachelor beschrieb. Besteht da etwa die Chance darauf, die Flammen zwischen ihnen wieder auflodern zu lassen? Paul postete nun neue Fotos auf Instagram, die scheinbar erneut das Interesse in Antonia weckten. Der Blondshop ließ sich in ländlicher Kulisse gemeinsam mit einem Pferd ablichten, und teilte diese Bilder gemeinsam mit Fotografin Nicole Langholz auf Instagram. Nicht nur die Fans sind begeistert von dem Pferdewirt-Look des Urbachelors. Auch Kampf der Reality-Stars-Flirt Antonia Hemmer kommentiert den Post mit vielsagenden Worten und schreibt frech. Denkst, wenn du jetzt ein Aufbauer machst, dass du dann Chancen bei mir hast, hm? Rückblickend waren Bauern bei der einstigen Bauer sucht Frau Kandidaten ja schließlich ihr Beuteschema. Ob es nach der Trennung von ihrem Rinderzüchter Ex-Patrick Romer jetzt Paul schafft, sie mit seinem ländlichen Fotoshooting um den Finger zu wickeln? Die Fans würden dieses Comeback zumindest mehr als gut heißen, wie man den Kommentaren entnehmen kann, ihr seid so süß. Diese unterschwellige Flirterei, liebs. Er wäre auf jeden Fall die beste Wahl, oder du solltest ihn nehmen. Er wird dir nicht so assi dein Herz brechen, lauten nur ein paar der Stimmen ihrer Anhänger. Doch was sagt Paul zu dem Ganzen? Auch er meldet sich unter Antonias Kommentar zu Wort, und kommentiert stumpf. Warte mal. Jetzt muss ich natürlich überlegen, besser widerlich als wider nicht. So so, ob sich da am Ende wirklich noch einmal etwas entwickeln kann, bleibt abzuwarten. So, ob sich da am Ende wirklich noch einmal etwas entwickeln kann, bleibt abzuwarten. So, ob ich die Abzuwarten habe jetzt ein Vorbereitung und nicht mehr Zeitgeist hatte. So, ob ich es auf die Abzuwarten habe, muss man das Abzuwarten haben. Also, wo ich die Abzuwarten haben jetzt eine solche Einfälle, weil ich das entgegen,